Ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, freut mich wie ihr es eingestellt habt und wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist das neue Color Future Update leider nicht so gut geworden. Nichtsdestotrotz kam eine neue Waffe im Spiel, nämlich die HMR9 und die Waffe ist die neue SMG-Meta. Das ist das Bild, was ich im Video benutzt habe, ist eine absolut geile Waffe, benutzt sie auf jeden Fall. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wenn das Video euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal, haut rein. Mehr Spice. Iiiiiiii. Yo! Yo! Yo, we can be friends! Yo, don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me! You friendly bro, don't shoot me, don't shoot me bro! Don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me! Don't! Don't! Hey, hey, hey! Don't shoot me! Don't shoot me! Wer ein Bastard. Yo, self-reviative, du Bitch. Ey, Chat! Guck mal! Auf Correct jetzt, okay? Ich frag jetzt einfach eine normale Frage und ihr sagt einfach Ja oder Nein. fünf subs jetzt an die community und ich muss die caroline reaper nicht denken einmaliges angebot fünf subs jetzt an die community okay dann okay dann vielleicht anderes angebot 10 subs 10 subs jetzt sofort auf die tasche auf die hand chat gamefreak sehr bedankt und follow jetzt 10 subs auf die hand kamel pisse und du bist raus oder bevor ich kamel pisse trinke das los ich hätte so gern gesehen wie rohrt kamel pisse trinken getrunken hätte ich muss auch sagen ich merke dass ich weiß nicht ob man es merkt aber ich habe echt schwierigkeiten besätze auszusprechen weil ich einfach mitten im satz nicht genug luft bekomme weil ich nicht atmen kann ich finde aber das erste letzten jahre schlimmer geworden ich weiß nicht ob das schon immer so war bei mir kamel pisse als getränk nach caroline reaper quasi der eiran zum döner oder was ich sag kamel pisse ist gar nicht so schlecht ich finde ich glaube es ist nicht so schlecht ist wie ne pepsi ist wie so ne fun dexotic glaube ich ohne fun dexotic ist so ne fun dexotic wenn Mats das gehirn nach der op richtig sauerstoff bekommt dann ist alles vorbei nur noch 72 stunden streams ich schwöre sogar wenn mein gehirn endlich wirklich endlich luft bekommt dann ist es vorbei dann streame ich ab sofort nur noch 24-7 bitte überfahre mich nicht ich habe mich erschocken ich kann das schocken fortunes keep jetzt neun season bro ey chat ich glaube ich mach das morgen scheiß drauf ich muss ich kann ich ich dann ist mir da zu 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 unsicher ich mach das morgen chat ich mach morgen redemption arc ich mach morgen verdammten redemption arc ich mach morgen die first try challenge ich mach morgen die first try challenge redemption arc es kann nicht sein dass ich die challenge nicht geschafft habe es geht nicht ich mach das morgen morgen um wieviel fangen wir an 10 uhr wenn ich scheiter ja 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 was machen wir denn als strafe wenn ich es das zweites mal nicht schaffe da muss man das an Reaper. Dann esse ich den. Dann esse ich den. Ne. Was kann man denn machen als Bestrafung? Außenglotze. Wir machen double or nothing Chat. Entweder ich esse zwei oder ich esse keine. So. Ja ist klar Chat. Ihr wollt unbedingt, dass ich mir gestens eine fresse. Ja ist klar. Ist okay. Okay guck mal. Warte mal. Ich habe einen Vorschlag. Hört zu. Hört zuerst. Okay. Bevor ihr eure Meinung bildet. Double or nothing. Dafür mit Münzwurf am Ende. Double or nothing. Aber dafür mit Münzwurf am Ende. Juli und Sternfänger. Da kommt er los. Hold it Chat. Hold it. Und Sternfänger. Ne ne mindestens drei Games mehr in die Challenge. In die ersten Challenge mehr in die Games. Hä das ist ein völliger Solid Call. Jetzt ernst Chat. Mann klar. Wollen wir uns hier mal hin. Wir machen, wir machen, wir machen die gleiche Challenge. Aber halt mit, am Ende der Challenge wird eine Münze geworfen, ob die Challenge zählt oder nicht. Wenn die Challenge zählt, dann habe ich halt Glück. Und wenn sie nicht zählt, dann muss ich alles von neu machen. Obwohl ich es geschafft habe. Für den extra Spice. Ich schwöre guter Call. Mehr Games in die Challenge. Bitte. Stark bleiben im Chat. Hold it. So ein Angebot bekommt ihr nie wieder. Wow. Dass ihr so ein Angebot abschlagt, ist wirklich krass. Ist wirklich heftig. Dass ihr so ein Angebot abschlagt. Ich habe euch so ein krankes Angebot gegeben. Wow. Dass sie mir so ins Gesicht spuckt. Ihr habt gerade im Lotto gewonnen und ihr spuckt, ihr wollt das Ticket einlösen und spuckt den noch ins Gesicht. Digga die Waffe ist so geil. Respekt, dass wir versucht zu dribbeln. Ich versuche nicht zu dribbeln. Ich versuche euch ein gutes, jubelbezahltes Angebot zu machen. Ich versuche nicht mal zu schummeln. Ich mache ein richtig krank gutes Angebot. Bestes Angebot werde ich hier nicht mehr finden. Überlegt doch mal in Ruhe bitte. Bis morgen. Okay. Noch mal in Ruhe überlegen. Bis morgen. Okay. Chat. Jetzt. Okay. Ihr habt ihr in Ruhe überlegt. Also. Double or nothing. Caroline Reaper. Morgen. First try challenge. Mit dem Haken, dass ich mit Münzwurfen am Ende machen muss. Am Ende wird eine Münze geworfen und wenn sie kommt, dann muss sie nichts erst machen. Wenn sie nicht kommt, muss sie die Challenge von neu anfangen. Und das jedes Mal. Jedes Mal muss sie es machen. Überlegt mal. Überlegt mal. Stellt euch mal den Bruch vor, wenn viermal hintereinander, ich Kopf nehme und viermal hintereinander, zahl kommt. Überlegt mal bitte. Überlegt doch mal bitte. Stellt euch mal vor, viermal hintereinander, Kopf und es kommt viermal hintereinander, zahl. Überlegt euch den Bruch. Was ist das? Die Geisterstadt. Es ist eine Geisterstadt. Ich verarsche niemanden. Ich verarsche keine kleinen Kinder hier. Double or nothing Challenge morgen. First try. Entweder ich schaff sie oder ich schaff sie nicht. Also dann muss ich zwei essen. Zwei Caroline Reapers. Mit dem Anhang, dass, mit dem Anhang, dass ich einen Münzwurf nach jedem, also wenn ich einmal die Challenge geschafft habe, in der Fall muss ich einen Münzwurf machen. Darf ich die Münze werfen? Du darfst die Münze werfen. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone. Wie kommt man da überhaupt hoch? Ich kenne das Gebäude nicht, ich war hier noch nicht. Digger, warum spawne ich das random Gebäude die ganze Zeit? Hallo? Kannst du das bitte stoppen? Ach, da konnte er hochklettern. Das Problem ist der Teilgrund auf mich. Okay, ich mache einen Leak Back-to-Back rein. Für Double or Nothing. Die Wichser. Wo ist der letzte? Ah, ich habe fast 40 Kills. Ich habe 30 Kills. Woher habe ich 30 Kills? Ja. Ich rede seit einer halben Stunde nur Scheiße. Okay. Tschüss. 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 Musik 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 Musik